so alle erbte gesehen dass nicht so weitergehen ich werde mich da mal ansetzen und etwas umändern damit in die ganzen Linien neu machen muss aber kann ich nichts machen anziehen insgesamt drei Prozent das heißt niemand beim Bus fahren so gut wie niemand vier Prozent die Fahrpreise sind so hoch dann werde ich einen separaten Ein- und Ausstieg machen das kann ich euch jetzt schon sagen und für jede Linie eine Straße aber wirklich für jede Linie ich bin gerade am überlegen wie ich es denn mache kommst du denn noch zurecht ich glaube muss noch vollkommen zu ok warum stehen da so viele einige Fahrpreise sind zu hoch Mami ist in Ordnung und dann kommt ein Zehner der ist aber auch wieder voll da kommt noch ein Zehner ich denke noch einer ne der geht der ist leer oh mein Auge juckt oh Zeichenszähne da ist aber so gut wie voll ok hier geht's ok hier geht's ok komm es ist doch nicht mehr schön ist es ok warum Leute werden Alter wie die diese das stauert sich in stauert sich die Leute steigen da aus ja was ist das für ein kack alter was soll denn das jetzt müsst ihr euch mal reinziehen was die machen warte fahren da wirklich leute von da nach da ist es jetzt gerade ein beschissener ernst und sie waren von da nach da jetzt gibt's sie nicht ich glaube ich muss diese Haltestelle entfernen 168 entfernen aus Linie 10 168 169 das heißt jetzt müssten ja die leute müssten die leute ja hier einsteigen da aussteigen und gleichzeitig auch wieder einsteigen das ist sieben wo kommt denn die nächste da ist und immer noch unzufrieden neun der taktet ja glaube ich schon im stundentakt oder ja da nach einer halbe stunde kann ich den gesetzten ist wieder überlastung vom straßennetz die halbe stunde kann ich machen wenn dinge sind wenn ich es umgebaut habe da wie jetzt so sagen doch warum du nicht hier fährst ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht genau wie sie wieso ich nicht verstehe warum die nicht da fahren weg kamera will zentrieren wie kann ich das noch mal entfernen so ne fack alle wir können nicht in diesen fern so da muss ich glaube ich im baum nun müssen aber jetzt die Ampel ins zu und zu ihm und an den Akten müssen alles weg jetzt jetzt war es mir wieder klar aber jetzt sind es null ich schwöre es euch wenn ihr da wieder einen stau verursacht ich schwöre es euch ich mache hier so ein untergang der zu den Unterführungen dass ihr auf jeden Fall hier irgendwie ankommt dass ihr nicht dauerhaft diese Straße hier kreuzen müsst das ist eine Frage wieso fahren Wollte gerade schon fragen wieso die nicht fahren so 10 10 20 2 10 hinunter wunderbar 6 geil spielen mit bis die genauso wenig ja ich habe so einen Müll zusammengebaut ich muss wohl oder übel ich muss wohl oder übel alles umbauen und zwar dass man von hier kommen kann und ich habe hier so ein bisschen dessen bisschen sehr weit hier ein Versetzer zu müssen er ist ein kleiner Hügel bisher so auch wenn jetzt hier die Schule ist und dann Gymnasium und da glaube ich auch noch irgendwas auch noch eine Schule jetzt nehmen sie über Schulen auf ich muss es alles abreißen zu mir echt furchtbar leidung es geht einfach nicht dass sie geht